Hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten Vlog hier auf meinem Kanal, einen neuen Stadion Vlog. Und ihr könnt euch schon vorstellen, wo ich bin, denn ihr seht es hier im Hintergrund. Ich bin vor dem Mercedes-Benz Museum übrigens, den Mercedes-Stern, der sich dreht. Das gibt es übrigens in Berlin auch. Genau, heute ist VfB Stuttgart gegen Union Berlin, der Tabellendritte gegen den Tabellenvierzehnten. Es gilt für beide um sehr viel. Union im Abstiegskampf, müssen wir mittlerweile drüber reden. Und der VfB Stuttgart, er ist in seiner Hochphase, vielleicht sogar in seiner Prime. Sie haben jetzt, glaube ich, sogar mehr Punkte als damals zur Meistersaison 2007. Und für den VfB geht es natürlich auch um was. Nicht, mit einem Sieg sind sie nur noch ein Punkt hinter den FC Bayern. Und sie tun natürlich den Abstand vergrößern auf Platz 4, was für sie auch wichtig ist. Es geht um die internationalen Plätze. Das ist einfach viel, viel Geld, wo der VfB zu nöten ist, wo sie brauchen. Und deswegen, heute wird ein wildes Spiel. Ich erwarte heute übrigens auch bei der, ich muss hier unten gucken, weil ich Treppen laufe, bei der Mannschaftsausstellung ein riesenlautes Hoeneß. Denn Hoeneß hat seinen Vertrag verlängert vorzeitig. Das ist für den VfB-Fans, glaube ich, mega, mega gut. Denn er hat einen Punkte-Durchschnitt schon über 2,0. Ich glaube, 2,09. Können Sie gerne in den Kommentar schreiben, wenn ich falsch liegen sollte. Und das ist für den VfB überragend. Was er aus dieser Truppe gemacht hat, ist ein 10 von 10. Und gleichzeitig ist es für den VfB noch ein dickes Gewinn, weil das ist auch gleichzeitig eine Absage an den FC Bayern München. Man weiß, dadurch wird das schon mal kein Bayern-Trainer. Da ist übrigens das Nachwuchsleistungszentrum vom VfB Stuttgart und die Klub-Gaststätte direkt daneben. Wir haben ja im letzten Vlog schon die Plätze gezeigt. Dahinter trainiert die VfB-Jugend. Sieht klein aus, sieht aber auch sehr schnuckelig aus. Und das sind natürlich auch ein paar Fans. Und da ist sie, die MAP-Arena. In einer halben Stunde ist Einlass. Dann gehen wir rein auf jeden Fall. Sie ist ja immer noch mitten im Umbau. Das wird kurz vor der EM erst fertig. Die Heim-EM, wo ich übrigens auch am Start sein werde. So, und wir sind im Stadion. Wieder drin, rein an unsere Plätze. Wieder unter Türkeimer Kurve. Guckt euch mal die Mieser aus, da das Mercedes-Museum, da der Mercedes-Stil, wo man auch Autos kaufen kann, das Autohaus. Und da das Klubzentrum. Das kommt nochmal in der Nacht. Viel, viel fresher. Sehr geile Aussicht. Und wir sind im Stadion. Es wird eine Choreografie auf jeden Fall geben. Man sieht es, da vorne ist es. Ja, das sind schon die ganzen Sachen vorbereitet für die Choreografie. Oh, da bin ich mega gespannt drauf. Ich liebe ja sowas. By the way gibt es hier von der Cannstatter-Ultra-Szene auf jeden Fall noch einen Brief, dass jeder laut mitsingen soll für die Wechselgesänge. Auf jeden Fall, da muss man auch mitmachen, auch wenn man kein Fan davon ist. Aber man ist hier zu Gast im Stadion, da sollte man sich auch ein bisschen dran halten, wenn man kein Feind von dieser Mannschaft ist. By the way, mein Tipp für heute, für das Spiel, ist 3 zu 1 für den VfB Stuttgart. Ich hoffe natürlich, dass Undaf sein Tor gemacht. Wegen meinen Kick-Base. Deswegen, ich hoffe es sehr, sehr stark darauf. Plus, Leidolf Tate, Waldemar, Anton. Das ist sehr, sehr schade. Ich finde, das ist ein richtig guter Spieler und muss mit zur EM. Ich finde, Anton und Rüdiger müssen unsere IV-Böden. Denn Anton ist für mich aktuell von den IVs her, von den deutschen Nationalspielen, der beste Innenverteidiger, der ein Aufbauspiel machen kann. Und Rüdiger, einfach gute Form bei Real Madrid. Und da erwarte ich sehr viel. Zweifang startet auch bei einer Nationalmannschaft. Nicht so gut performt bis zur Zeit. Da erwarte ich da sehr, sehr viel. Mittlerweile füllen sich hier die Rängen. Die Eishol-Union-Fans sind jetzt auch da. Und die Cannstatt-Kurve ist auch voll. Die Spieler sind auf dem Platz. In 20 Minuten geht das Spiel los. So, wir haben Beko auch jetzt am Start. Und was denkst du, geht nach dir heute aus? 3-1. Wir lassen die Unter- und ein Mittelfeldspieler machen. Er macht dieselben Tipps wie ich. Ich wünsche auf jeden Fall im VfB einen sehr guten Spiel heute. Auch wenn die dann ein Punkt hinter Bayern sind. Aber wir sind heute zu Gast. Da müssen wir auch ein bisschen Sympathie zeigen. Und da kommt die Choreografie vom VfB Stuttgart. Für alle, die Sie wissen, die Choreografie ist eine Fanfreundschaft zwischen der Ultraszene VfB Stuttgart und der Ultraszene Sondidienz. Bis jetzt muss ich auch nicht, dass sie überhaupt eine Fanfreundschaft haben. Aber sehr geil. Und jetzt, ihr merkt schon, es wird laut. Das Spiel geht los. Das Spiel hat angefangen. Das Spiel flügt an beide Teams. Boah, Dicker, was ist die Stimmung? Hört ihr das? Ich weiß, ob ihr das so auffangen könnt in der Kamera. Aber das ganze Stadion bracht ultra laut. Und Berlin-Fans fangen jetzt auch langsam an. Die Stimmung hier wird heiß. Das ist jetzt in 10 Minuten rum. Stimmung vom Spiel ist sehr gut. Aber das Spiel an sich ist jetzt nicht viel passiert in den ersten 10 Minuten. Aber wie gesagt, sind auch erst 10 Minuten rum. Junge, guckt euch die Kurve von Sofian. Erhöht jeder mit Rumpenstimmung, Leute. Oh, Lube. Lube, 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 Lube. Fast eine Monster-Chance für EIS und Union, für Union Berlin. Den müssen sie machen. Den müssen sie einfach machen. 1 zu 0 für den VfB, Zerro-Virassi. Der VfB hat 68 Prozent Ball besitzt. 3 zu 2 Torschüsse. Es ist eine klare Dominanz von VfB Stuttgart. Das Einzug gibt absolut verdient. Von Union jetzt auch mit einer Kuriervollen Büh und dann kommt Büro-Technik im Einsatz. Ganz stark von Union. Muss man sagen. Letztes Mal gegen Hoffenheim schon und jetzt hier in Stuttgart. Man muss sagen, groß Respekt an die Union. Ich liebe einfach so was. Ich liebe Pyrotechnik. Das ist so geil. Wie geil das ist. Das ist einfach Pornowass. Und der ganze Plot. Die Wallen so hart. Es ist so geil. Da passiert nicht so viel auf dem Platz. Aber da drüben, die Union-Fans. Das sind bei Frankfurt, bei Neville. Also die reißen die Auge. Beide Fans haben uns aus dem Stuttgart sehr, sehr stark. Union auch. Also von Union ein bisschen leise abgehend. Von Dografie, mit Pyrotechnik. Was hier abhieft und das geil. Und die Stuttgarter auch mit Spannowass. Das kannst du nicht richtig leben. Von saudischem zu chinesischem Blutgeld. Macht euch nicht zum Kaspar. Keine Kooperation mit Auto. Das ist gratis. Aber er ist alleine, er soll er machen, was soll er machen. Die Union-Fans auch wieder mit einer coolen Aktion. Erste die linke Seite und dann die rechte Seite für Schatz. Warte mal ab. Ja. Sehr geil gemacht. Man muss sagen, heute gefühlt ein Fan-Flock. Das passiert sehr wenig im Spiel. Aber die Fans, ihr hört es wieder. Exzloi geist, ob Union oder Stuttgart. Beide sehr gut. Es gibt drei Minuten Nachspielzeit. Dann ist hier Pause bei den Einzug für den VfB. Ich glaube, auch mit den 1-0 gehen wir in die Pause. Und die Fans zu euch. So, zwei Datsache werden angefangen. Erste Ecke für Union. Mal gucken, was kommt dabei raus. Wohin. Und wieder passiert Video im Spielfeld. Aber Union zündet wieder. Die lief uns heute einfach ab. Und jetzt wird noch ein Tor passieren. Ich sage es. Und das muss treffen. Für mein Kick-Bass. Einfach wichtig. Oh mein Gott, große Karte für Union. Ich habe Karte mitgebracht. Ich habe Karte mitgebracht. Oh mein Gott, große Karte für Union. Ich habe Karte mitgebracht. Und das ist ja rot. Was ist passiert? Hä? Aber was ist passiert? Hä? Ich gucke gerade rüber. Reden mitgebracht. Und das klappt rot. Und das ist ja so. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. zum Beispiel bei diesen Wochen in einem Champion-Seek-Plätze haben. Ich kann mir nur nach Stuttgart eine Champion-Seek vorstellen. Und durch die neue Champion-Seek-Regel und glaube ich sogar ist es sogar sehr sehr gut für Stuttgart, weil er nur Top 4 gegen Top 4 war. Das ist die beste Zeit für den Vorfeld. Ich schluss Union, eventuell jetzt mal eine Chance. Lange nichts passiert bei Union. Nein. Ecke, Koppel, Tor. Nein. Hast du einen Ausstoß mitgestellt? Das ist gut, der ist gut, der ist gut, der ist gut. Zwei, aber warum schießt der nicht? Bruder, schieß doch! Fünf Minuten sind jetzt noch zu spielen. Und Jon drückt jetzt ein bisschen, aber nicht so überragend. Obwohl... Okay, passiert nichts. Mal gucken, ob hier überhaupt noch ein Tor passiert. Stuttgart gerade mit der riesen Kontoschance, ihr habt es gesehen, da muss mehr drin sein. Da muss einfach mehr drin sein. Hört der letzte Elf bei den Spielzeiten, denn es ist die 90. Spielminute. Aber Union ist auch immer noch klein. Das muss man denen einfach zugute halten. Gute Leistung der Union-Fans. Und jetzt die ganze Stuttgarter wieder mit dem Schatz. Bei der letzten Ecke, wenn jetzt auch ein Tor dabei kommt. Sehr geil. Kurz ausgeführt. Ah, der bräuchte Zeit raus. Ja, das macht jetzt Stuttgart auch einfach gut, muss man sagen. Die holen jetzt einfach die Zeit runter. Die haben die drei Punkte damit safe und für mich dann auch den Champions-League-Platz gesichert. Und dann spiele ich aus der VfW mit 2 zu 0. Ich melde mich gleich nochmal. Ich gehe jetzt aus dem Stadion raus. Dann melde ich mich nochmal und zeige nochmal mein Fazit zum Spiel. Let's go! So, im Auto angekommen, my friends. So, nochmal Fazit zum Spiel. Es gibt gar nicht viel zu sagen. Es gab nicht so viele Aktionen. Allerdings geht aus. Perfektes Timing. Auf jeden Fall der VfB verdient gewonnen. VfB hat sich für mich damit auch schon den Champions-League-Platz gesichert, muss ich sagen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Union reitet weiter in den Abstiegskampf rein. Sehr, sehr schlecht, weil die Fanleistung von Union war sehr stark. Aber auch die von VfB, muss man sagen. Also heute war es fantechnisch ein sehr geiles Spiel. Unterhaltsam vom Spielverlauf war jetzt okay. War jetzt nicht schlecht, aber war jetzt auch nicht weltbewegend. Muss man eben sagen. VfB verdient mit 2 zu 0 gewonnen. Ich denke, da werden mir auch die Union-Fans zustimmen. Ansonsten war es ein nice Erlebnis. Wie gesagt, Fans waren überragend von beiden Seiten. Wirklich 10 von 10. Wirklich, die Stimmung war sehr, sehr gut. Und ja, an dieser Stelle sage ich Ciao. Wir sehen uns schon wieder am Sonntag. Ich bin das erste Mal bei einem Zweitligaspiel, nämlich beim Kaiserslautern-Spiel. Da habe ich mega Bock drauf. Wollte schon nochmal auf den Betze gehen. Jetzt bin ich auf den Betze. An dieser Stelle lasst ein Abo da. Ein Like da lassen. Wäre sehr, sehr Ehre. Ich würde die 1000 Abonnenten packen. Wir sind jetzt glaube ich bei 935. Also wäre sehr, sehr geil. An dieser Stelle haut rein. Jojo!